Guten Tag, meine lieben Gäste. Ich heiße Samira aus Chiva. Ich arbeite seit sieben Jahren in Chiva als Reiseführerin. Ich möchte immer mit Deutschen etwas sprechen, plaudern und über historische Informationen austauschen. In Chiva und in Usbekistan gibt es sehr viele historische Sehenswürdigkeiten. Willkommen Sie in unserem Land Usbekistan. Bitte, ich warte auf meine Gäste.